So, jetzt ist das Stück Papier. Sieht doch mal, was ich mir da eben zu Recht trainiert habe. Auf Chinesisch aufschreiben. Das ist ja ganz gut. Ist ja auch toll, wenn man das mal auf Chinesisch sagen kann. Kaputt, explodiert, fortschliegt dann. Aber auch mal aus diesen acharischen Begriffen. Was zusammensetzen, was über den rechten Weg zum heiligen Anwesen führt. Das scheint nicht zu einfach zu sein. Ich hab da noch mal so ein bisschen rumgeturnt. Pumpe rechts, Pumpe links. Hier Hüftgriff bei sich selbst. Und so weiter. Und dann da was auf Chemologie. Ich mach das. Das passt sich dabei nicht so an. Eigentlich nehmen wir auch zurück in der Weise. Was zusammenszeniert. Und mal gucken, was auf Chinesisch schreiben kann. Ich mach das mal an. Schin, sag die Bemerkung? Ich mach das an. Wer da? Ich mach das nicht. Zai Li Zai Li ist also die Themaeröffnung für Shamsai Shen So geht auch bei mir Shamsai Zeitbrennpunkt Zinoba des Denkens Zinoba der Aufklärung Shamsai Li Shengai Yan Ablassbettler Schillen Feierabend Geil Bettler Yan Vergessen Shinsai Shengai Gern Und Zin Hoch Fünf 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 Sünnige Wesentliche Figuren Ausstellungs-Tang-Bissure Fünf 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 Man lässt seine Laune freien Lauf, indem man ihn nicht auslöbt, sondern diskutiert. Das kann man nur, wenn man nicht in der Natur Rücken macht, sondern in der Delegation Rücken macht. Das kann man nur, wenn man nicht in der Natur Rücken macht. Das kann man nur, wenn man nicht in der Natur Rücken macht. Das kann man nur, wenn man nicht in der Natur Rücken macht. Das kann man nur, wenn man nicht in der Natur Rücken macht. Und jetzt stand ja gegenüber Shen Ga Yan, Shen Pin Zu, der Götterpantheon. Shen Pin Zu, Feierabend, Regal, so gewährt. Shen Pin Zu, wie ein Hinkelstein. Shen Pin Zu, wie ein Schriftzeichen. Shen Pin Zu, Feierabend, die anwesendlich gegebenermaßen. Ben. Abgelaufen. Shen Pin Zu, Feierabend. 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 ist in Intensivierung, Wiederholung, einheitlich, das Wort für Riege. Die ist dann in dem Falle des Vorhergesagten, dann in Ablassarmut, Ablassunwissenheit gegenüber Gata Pantheon, Fünf Elemente, Shinsui 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 Wir nicht in Troum Thi und in Troum Tu, wegen der Magenatmung was die Nieren hören. Xi, Bewegung. Xi, Bewegung. Xi, Verstand, Kraft und Wirkung. Xi, Verstand, Scheng, Scheng. Am Zwang. Also bekannt als Beglauch, Wirkung gewesen ist. Also Gesetz ist treu. Entwirkung. Eich ist. Nein, die ist in Zeit. Entwirkung. Die Zeitleitung ist ein wenig langer. In der Stelle. Die Zeitleitung ist etwas besser. Jetzt ist es immer mehr als Absatz. Ich schiebe. Ich schiebe. Und dann muss die Bedeutung sein. Und so. Vorm. Hsue. Dan hint. Palm lü jiang. Kongshao. Und dann die drei Zeichen im Brettchen und die zwei Zeichen für den Punkt des Brettchens. Die zehn Zeichen. Ja, fai. Ugoan, gongchi wasche. Chihei. Shin. ZEIT ZEIT So, wollen wir jetzt das Papiereck machen. Ich stampel das drauf sehen. So, wollen wir jetzt drauf und weitergehen. ZEIT 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 Sie sind sie sich. Wir sind sie, sie ist sie. Sie sind sie. Sie sind sie, so sie, wie sie dich schon haben. Sie sind sie, sie sind sie, sie ist sie. Sie sind sie. Bis zum nächsten Mal.